Amigos míos, aquí estamos, liebe Freunde, hier sind wir im Tag Nummer 13 in Quarantäne in Chile bei schönstem Wetter. Ja, so lässt sich das aushalten und das Merkel hat es jetzt auch erwischt. Tja, da kann man nur froh sein, hoffentlich erwischt sie richtig. Alt genug ist sie ja, die fette Kuh.